Okay, Kampf gegen Cressiopeia. Er hat sich den Namen an nicht ausgedacht, ey. Okay, äh... Ich habe einen großen Schaden zufügt. Na komm, machen wir mal erst mal auf hier linker und rechter Hand. Uh, war nicht mal so verkehrt. Aue. Äh, ist das nicht so gut. Megaschwisch. Achso, siebe, ah, okay. Mhm. What? Okay, äh, hoffen wir mal, dass der jetzt erledigt ist. Jo. Megaschwächung verfehlt, ist schon mal gut. Ich könnte gleich mal irgendeine Heilung vertragen. Ja. Ah, so ist das schön. Kann ich eigentlich bei Taktiken sagen, dass ich die steuern will? Ne, ne? Autsch. Ne. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, ehrlich gesagt. So, ähm... Versuchen wir mal das hier. Uh. Und tschüss. Jawohl. Uh, yes. Ach, als ob. Ne. Du kleine Nudde. Äh... Oh, hier, nochmal, ne? Bäm. Bäm. 145, ich meine. Au. Ey, du Idiot. Sehr schön. Ja, ist klar. Ja, genau. What? Wieso ist die nochmal dran? Al... Ja, come on! Lass ich hier nicht sterben. Aha. Das ist schön. Ey. Das ist auch so geil wieder. Ne, zwei Metaländer ist sie dran. Und wie viel Schaden hat sie insgesamt gemacht? 280? Ey, so ein Bullshit. Bullshit. Mann. Alter, wie lange seid ihr denn noch verzaubert? Hallo? Mann, Leute, ey. Ah. Natürlich ist er nochmal dran. Nee. Ah. So. Ja, klar. So, hier einmal normaler Angriff. 150, immerhin. Oh, fall um, du Kröte. Na also. Geht doch. Äh. Also. Geht doch. Äh. Da. Defeatet. By humans. Buhhhh! Buhhhhhhh!!! Bye-bye, Boudicca. Hiyah! Das ist nicht gut, wir müssen hier rauskommen, schnell! Schau, Octagonia! Es ist unsere einzige Chance, schnell, alle! All right. That burly girl, it better not be roughing up my bunnikins! Meine Augen! Huh? Did we? Man, we made it! We're back home! Booger! We're back! Yes! Yeah! Wait, we can't start celebrating just yet. We've got one last battle to fight. Octagonia won't be safe until we've dealt with Booger. Let's do this! Jade! You okay? My little bunny rabbit has finally hopped home to daddy! I wondered when that suit of mine would finally work its magic! We've got so much to look forward to! You're mine! All mine! We're going to be together forever more! We'll write each other love letters! Maybe even, dare I say it, hold hands! Oh, it's all so romantic! I think! No. Never. Was ist passiert? Am I still alive? I remember the Tree of Life and the Lord of Shadows. I can't be the only one who made it, right? Right? Hmm, not good. I'm not exactly in the best shape for a jailbreak. It's not a jail. It's a monster's lair. Hey, where'd you get off sneaking up on people like that? Don't worry. I'm not a bad slime. I promise. Oh, dear. It looks like you're a little buttered and bruised. But I can help. Here, Goo. Wheeeee! Whoa. You... you healed me. What kind of slime goes around appearing out of nowhere and healing humans? This kind of slime. My name's Elijah. Nice to meet you. Uh, okay. Sure. Well, whatever. If you're as good a monster as you say you are, maybe you can help me. Have you seen my buddies anywhere? Who's that? Your friends? You mean other Goomans? Nope. You're the only one here. But you want to go and find them, do you? Alright. Follow me. Wheeeee! Uh, he's helping me escape? Maybe he really is one of the good guys. Well, I'm not about to look a gift horse in the mouth. Guess I've got a new friend. Okay. Okay. Ich glaube, sie haben all dein Hab und Gut beschlagt, als sie dich gefangen haben. Du brauchst keinen weichen Knie zu bekommen. Ich habe tolle Neuigkeiten. Schau, was ich entdeckt habe. Ah, meine Sachen. Uh. Erik sammelt seine Habe wieder ein und rüstet sich für den Kampf. Nice. Oh. Okay. Der wacht doch bestimmt auf. Uh. Citroën Bait. Ne. Stahlbreitschwert. Moment. Ähm. Ausrüst du? Wobei, ich habe zwei Dolchen, ne? Also, hm. Ja, und das macht weniger Schaden. Ruff hier Pfiffen. So. Äh, lass mich raten. Da lässt er mich gar nicht erst lang. Die Tür ist fest verschlossen. Belastend. Man muss sich also wirklich hier links durch. Äh, durchkriechen wahrscheinlich, ne? Jo. Da, 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 daä! Das ist denn da für ne Party hinter dem Rest? Nein, ich habe glatt vergessen, in welcher Schatztruhe der Türschlüssel liegt Äh, in der mittleren Truhe Aha Okay Äh, die Quellen bestimmt fast über Verbeute Ich frage den Rat nicht Ich finde, das ist das gute Zeug nur in einer Truhe Und die anderen wurden mit Fallen präpariert Aha Wenn man sich so lange als Dieb betätigt wie ich, bekommt man irgendwann einen sechsten Sinn für solche Dinge Okay, mittlere Truhe Nice So, damit haben wir schon mal den Schlüssel Ich wette, damit kann man was Wichtiges aufmachen Lass mal sehen, was wir finden können Ja, ich würde ja sagen, die Tür ganz am Anfang Äh, wo wir hier Dingens hatten Ach schon Äh, wo die Wache vorgepennt hat Sag ich jetzt mal Die da Na Ja. Anyway, let's blow this joint. Okay. Ähm, brr. Moment. Ich will hier rechts auf jeden Fall mal lang gucken. Wie, hier ist nix? Dann halt nicht. So, äh, komm, mach die mal weg da. Moment, ich muss, wo ich die hier durch, klappt das oder greifen die mich an? Nee, klappt. Gut. Ich meine, warum, hey? Ich bin zwar gerade frisch ausgebrochen und so, aber hey. Oh, es sind zwei Monster, die einen zähen Eindruck auf mich machen. Äh, nicht gut. See, I told you. Two great big ugly Monsters right up ahead. Yeah, I see them. I don't know if you heard, but apparently Lord Indignus has been smashing it. He most certainly has. He taught those Watchers a lesson. Also, I heard, attacked their village and sent it crashing to the ground. Watchers? Never heard of them. Any idea what they're talking about? Never mind. We need to get these guys out of the way. Oh, oh, I've got an idea. Why don't we do this? It's terrible, awful, a complete splatastrophe. Hey, have you got potty? Just who are you anyway? I've never seen you down here before. You? How did you manage to break out? Ha 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 ha! Great work, Eric! Wait, how do you know my name? I think you and me need to have a little talk. And it'll have to wait for now. Come on! Yay! Let's get going! Okay, das war ja einfach. Äh, so. Hier verlangen weiter. Da ist immer so ein kleines Vieh. Das ist mich hoffentlich in Ruhe. So, was ist hier? Von der anderen Seite verriegelt. Na, Chloa. Gut, machen wir eine kleine Kletterparty. Oh, was jetzt? Oh, great. Going in there looking for a fight would be suicide. Dammit, what do we do now? Come on, you can't just goo giving up like that. What would your sister think? Wait a second. You're talking about my sister now? How not that she'd be in a position to think much of anything? Um, you don't remember telling me about her? I suppose it must have been a while ago. What are you talking about? I only just met you, remember? Anyway, this is no slime to be dithering. We need to look for another way out of here. Come on, let's go! Hmm. You're a slippery customer, all right? But don't worry, I'll get the truth out of you eventually. Okay, der Fels der Verfehlung. So. Alter, ist aber auch was los da unten. Uh, uiuiui. Na, hier wieder hoch. Ah, hier können wir durch. Hier können wir durchflutschen. Na, bist du dabei? Hi, yo. Ach, als ob. Okay. So, was ist hier? Ach so. Okay, dit war zu einfach. Aber da vorne kann ich wenigstens speichern. Das ist schon mal gut. Okay. Wir wurden geheilt und wir können speichern. Das heißt, dass das gleiche Kampf kommt. Äh, ja, hier speichern. Überschreiben. Auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, nö, eigentlich nicht. Mhm. So, Moment. Äh, aha. Wo komme ich denn da oben hin? Moment. Äh, das interessiert mich jetzt halt auch nochmal kurz. Hm. Okay. Keine Ahnung. Na gut. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht, ne? Mal. Once. Bin. Untertitelung des ZDF, 2020